Heute seht ihr die besten Momente aller Zeiten. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Kaspar, guck mal, was ist denn das für ein Turm? Was ist das denn? Der ist ja riesig. Oben ist jemand. Oder? Siehst du nicht den Name-Tag da oben? Doch da, Noob1234. Hilfe, Hilfe, sagt er. Da ist er. Guck mal, der ruft nach uns. Hilfe, der braucht uns. Was? Was machst du da oben? Ich weiß es auch nicht. Was macht der? Hä, der ist so viel zu... Der kann doch nicht einfach auf dem Turm mit so oben schillen. Was geht bei dem ab, Alter? Was macht der denn da? Hä, Noob? Der braucht echt unsere Hilfe. Ich bin gefangen, hier oben. Oh mein Gott, ein riesiges Leimloch. Oh Gott, pass auf, pass auf, Scheiben. Ah, das heißt, der kann uns raus. Er ist gefangen. Hä, der ist echt gefangen, ne? Okay, lass uns los. Lass uns reingehen unten in den Tower. Rettet mich schnell. Oh Gott, was macht der? Wo ist er hin? Er wird einfach gefangen genommen oder sowas. Da ist sein Name. Er ist weg. Oh nein. Okay, Kaspar, komm. Okay, okay, los. Los, 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 los. Wir müssen reingehen, Leute. Wir müssen jetzt Noob befreien. Okay, oh Gott, was ist denn... Zombie, 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 Zombie. Okay, wir müssen jetzt auch viel zusammen rauf gehen. Los, und boxen. Boxen, boxen, boxen. Los, hau ich kaputt hier. Aua, Aua, pass auf, der hat so eine Hake. Der hat so eine Hake. Die will ich aber haben. Na komm schon, das war's mit dir hier. Okay, die war auch schon fast kaputt, sehe ich gerade. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja. Okay, was haben wir jetzt hier? Wir haben eine Crafting Bench. Hier ist irgend so ein Auslöser. Nicht, dass wir jetzt irgendjemanden alarmiert haben. Den Alarm haben wir auch, glaube ich, ausgelöst. Nein, wir sind einfach rübergegangen, ne? Wir wissen, dass wir kommen. Nein. Oh Gott. Stimmt, du hast recht. Warte mal, hier ist es... Höh? Warte mal. Milch? Das sind alles Rezepte für den Kuchen, ne? Stimmt. Warte mal, ich nehme mal ganz kurz die Hälfte raus jetzt hier von den Sachen. Nimm ruhig alles, mach ruhig alle fertig. Ich weiß sowieso, dass wir Rezepte nicht wieder... Okay, 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 dann nehme ich hier was raus und ganz viel Milch auf jeden Fall. Ja, 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 mach mal kurz. So viel wie es geht. Sehr gut. Und dann werde ich jetzt mal ganz kurz hier anscheinend... Kuchen machen oder was, Leute? Okay, ich habe mal nachgeguckt. Wir brauchen anscheinend hier oben Milch. Dann brauchen wir hier Zucker. Okay, okay, okay. Dann nochmal Zucker. Ein Ei in der Mitte. Ich hätte es dir auch zeigen können. So, jetzt mache ich mal ganz viel hier rein. So, alles, was jetzt hier geht. Ich sagte, wir kriegen gleich so viel Kuchen. Alles klar. Da wirst du gar nicht noch klarkommen. Oh, ich habe auch schon Hunger. Ich habe Bock auf Kuchen gerade, muss ich sagen. So, und jetzt muss ich... Ah, nee, ich muss... Okay, ich muss die ja alle einzeln machen, ne? Weil die Eimer gar nicht stecken. Okay, ich mache das kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe jetzt, glaube ich... Oh, du hast auch welche gemacht, ne? Okay. Ja, ja, lecker, lecker. Dann lass mal hier... Jetzt einfach platzieren hier? Ich glaube, wir müssen die einfach platzieren. Hier hoch, auf den Kuchen? Ja, ich glaube, jetzt müssen wir noch einen platzieren. So. Hä, und dann nochmal? Ja, und jetzt sollen wir da hochkommen? Hä, und dann nochmal platzieren wir die anderen bis nach oben? Ja, da komme ich doch gar nicht ran bis nach oben. Na klar, kommst du da oben ran. Guck, noch einen jetzt hier oben ran machen. So, aber höher komme ich nicht. Höher kommst du, ne? Okay, ich habe auf jeden Fall echt gut Hunger bekommen. Und zwar können wir das jetzt so machen. Wir können hier oben so die Sachen wegessen. Oh. Und das Ganze dann nutzen als kleine Treppe. Ja, Mann. Ey, das ist richtig cool. Also, ja, sehr gut. So, ich habe... Aber jetzt musst du auf jeden Fall weiter essen. Ja, wie viel soll ich denn noch wegmachen, sag mal? Da kann ich ja gar nicht... Ja, so, dass wir als Treppe... Genau, so. So, geht das schon? Probier mal aus. Ja, ich müsste halt... Jetzt müsste ich nur den oberen... Ja, okay. Jetzt müsst ihr den über mir noch am besten wegmachen. Ja, ja. Ja. Nächsten. Ja, okay. Ja, und jetzt nochmal den hier, ja. Und? Hast du das? Es fehlt noch ein Kuchen hier. Ich komme noch nicht hoch. Okay, warte, ich habe noch... Dann geh mal weg da, geh mal weg da. Ich glaube, ich habe noch einen Kuchen auf die Tasche. Ey, das ist so clever. Und jetzt, warte... Den müssen wir hier ein bisschen aufessen. So, zack. Nein, ich habe keinen Hunger mehr. Okay, ich auch nicht. Wir müssen kurz warten. Eine Ewigkeit später. So, ein paar Jahre später. Yo, ich hoffe, du hast getrunken. Zack, warte. Reicht, das reicht, oder? Und jetzt? Ja, jetzt haben wir es. Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Es fehlt noch einer, warte mal. Dann da hin. Jetzt kannst du rauf. Ey, das ist eine Hexe, das ist eine Hexe. Ey, aber jetzt bin ich hier unten. Ah, sie hat mich vergiftet. Sie hat mich vergiftet. Hast du noch Hunger? Du musst noch essen hier. Ja, ich habe aber nicht genug Hunger. Nein, jetzt reicht das nicht. Aua, ich muss schnell die Milch trinken, sonst gehe ich drauf. Oh, okay, alles gut, alles gut. Ich habe gerade... Warte, ich habe wieder Hunger. Ich habe wieder Hunger. Ey, man kommt nicht mehr hoch. Jetzt hast du ein zu viel abgebaut hier. Habe ich gar nicht. Na ganz toll. Gar nicht, gar nicht. Na natürlich, ich komme da jetzt nicht mehr hoch. Dann habe ich noch eine Lösung. Keine Sorge. Und zwar haben wir noch die Heuballen. Ich glaube, man kann daraus ein Heuballen machen oder nicht? Das heißt, hier... Ah, reichstücke mal, ne? Ja, und zwar kann ich jetzt hier... Jawohl. Zack, ein Heuballen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Öfter mal ein, fertig. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich zwei. Das heißt, einmal für dich. Ja. Ja, danke. Und ich brauche auf jeden Fall einmal genug Hunger. Geh in die Ecke, geh in die Ecke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ein Halbesherz, Bro. Ich habe ein Halbesherz. Ich treffe trotzdem. Oh, Mann. So, komm. Nach oben. Oh, jetzt habe ich hier keine Heuballen. Du hast meinen aufgesammelt. Ich habe, ich habe hier. Ja, genau. Danke, ja. Die wird mich nicht treffen. Oh, nein, sie ist vergiftet. Guck mal schnell, wir müssen die nur einmal boxen. Wir müssen die nur einmal boxen. Die Kiste ist eine Eisenschutzhacke und Leitern. Aua. Ich halte die weg für dich. Ich halte die weg. Los, brauche ich, ich halte. Ja. Ja. So, jetzt, du blöde Hexe. Ja, das hast du davon. Du blöde Hexe. Guck dir das an. Sehr gut. Das hat sie davon. Okay, pass auf. Brennen. Jetzt geht sie, glaube ich, gleich drauf. Okay, gehen wir weg. So, es war nichts mehr drin, oder was? Gehen wir weg. Nee, nee, pass auf. Gehen wir weg. So. Oh, was ist das denn? Oh, Gott. Was ist das denn? Seeler Fische. Weg, hauen. Wein, rein, 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 rein. Oh, mein Gott. Hier kommen noch viel mehr. Aua. Oh, mein Gott. Das sind alles Seeler Fische. Hä? Los, hau die kaputt, hau die kaputt. Oh, Gott. Ja. Los. Oh, nein. Digga, wie lange überlebt die Hexe eigentlich? Die machen alle kaputt. Ja. Ich hab ein Herz. Okay, warte. Aua, ein halbes. Au, Mann. Ich hab sie geholt, ich hab sie geholt. Alles gut. So, Milch getrunken. So, ab alles. Okay, warte, lass doch hier ganz kurz die Katze retten. Okay, ich schnapp mir hier noch ganz kurz hier die Blöcke. Okay, ja, wo war die Blöcke? Ich setze mal ein Heuball zu platzieren, bringt wahrscheinlich nicht so viel. Was machst du denn? Oh, Mann, ich hab da gerade ein Heuball platziert. Ja, sehr gut. Ich hab doch extra da Blöcke abgebaut. So, komm her, kleine Katze. So, hier lang. Komm, ich hab Milch. Komm her, komm mit. Ja. Milch für dich. Ja. Sie ist frei. Okay, sie ist frei. Und jetzt können wir, glaube ich, hier hochbauen. Und zwar hat der mir elf Leitern in der Kiste gegeben. Okay, ja, okay. So. Hö. Schön. Okay, das reicht auf jeden Fall gerade nicht. Nein, nein, nein. Oh, Blöcke oder hast du noch was? Jetzt hab ich den Heuball hier platziert. Ja, ja, das war jetzt gar nicht so schlau. Aber hab ich noch einen Heuball? Aber hier ist ja noch ein Erdblock, den nehm ich. Genau. Und ich hab auf jeden Fall noch Quarzblöcke. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier, so. Und ich braue mich. So. Ja, ja, ich hab schon platziert. Alles gut. Sehr gut, sehr schön, sehr schön. Oh mein Gott. Was? Sind hier viele Kühe? Hä, warum denn? Wie sind hier so viele Kühe? Ich weiß auch nicht. Und was ist da vorne alles? Hä? Oh mein Gott, ganz viele Zombies. Ja, hier sind extrem viele Zombies. Oh mein Gott, wenn du da reinfällst, dann war es das mit dir. Ich, oh Gott. Aua, aua. Alter. Okay, okay. Ich hab einen Bogen am Start. Was haben wir hier? Äh, wir haben einmal Eisen und Holz. Ja, was können wir daraus denn? Ich gebe mal jeweils die Hälfte mit. Ja, eine Rüstung. Ich pack die anderen Sachen jetzt mal hier. Für Rüstung? Rüstung wahrscheinlich, oder? Aber was soll Holz denn sein? Das Problem ist, wir haben halt gar keine Craftingbox. Ähm, nee. Aber ich weiß nicht, ob das... Ein Eisenschwert können wir uns machen. Ein Eisenschwert. Müssen wir die irgendwie killen, die Zombies? Okay, okay, warte mal. Irgendwas müssen die Kühe damit zu tun haben. Und das Ding ist, wenn wir auf den Schnee laufen... Oh, ich sehe gerade. Da kann man gar nicht... Oh, das ist kalt. Das ist mega kalt. Da fallen wir durch. Da fallen wir durch. Okay, pass auf. Ich mach mal ganz kurz mal eine Craftingbench. Ja, mach ich auch mal. So. Ne, ne, brauchst doch keine, wenn ich doch eine mache. Ah, mein Gott. Stoppelt hält besser. Ist doch nicht schlimm. Und jetzt? Was können wir damit machen? Lass mal ein Eisenschwert machen. Ja. Ein Eisenschwert in dem Fall. Und jetzt? Oh Gott. Nein. Ah. Die Spinne. Die ist rausgekommen. Okay. Alter, das wollte ich dir durch jetzt? Und jetzt müssen wir leider die Kühe... Oh mein Gott. Die Kühe platt machen. Die Kühe müssen jetzt platt machen. Okay, mach bloß nicht auf da. Dann müssen wir genug Leder bekommen. Ah, für Schuhe. Oh Gott. Die laufen hier weg. Okay. Genau. Ich glaube, das reicht schon. Jetzt habe ich, glaube ich, genug Leder. Und damit können wir jetzt... Ja, Lederschuhen machen. Und mit diesen Lederschuhen können wir jetzt über... ...denen Dings mal laufen. Über das... Ah, über den Schnee. Okay, und? Ja. Jawoll. Sehr gut. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Okay. Oh mein Gott, schießen. Wir müssen weiter jetzt. Wir müssen weiter. Wir hatten auch noch einen Sand. Nein, wir brauchen eine Dingschaufel. Nein. Oh nein, das geht. Das geht. Wir können durch. Das geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Okay, was ist denn das jetzt hier gerade? Ja. Ich frage mich, wie es Noob 1, 2, 3, 4 in der Zwischenzeit hier geht. Ich frage mich das auch. Ich weiß auch nicht, wieso ich so einen Effekt um mich herum habe die ganze Zeit. Okay, warte mal, wir haben jetzt Sand. Ich nehme mal, die Hälfte Sand und ein Goldapfel nehme ich jetzt, ne? Was sollen wir da mitmachen? Hä? Mit Goldapfel und Sand? Mit dem Sand und Goldapfel. Hä? Da oben vielleicht irgendwas oder noch bei den Zombies? Ich würde einfach sagen, du hast recht, du hast recht. Lass uns einfach nach oben gehen und gucken, wer hier mit 1, 2, 3, 4 gefangen hält, Leute. Okay, dann gehen wir mal hin nach oben. Alter, sind wir schon ganz oben jetzt? Nee. Oh. Nee. Was ist das denn? Das sind wir. Oh mein Gott, alles voller Laser. Nicht geheuer aus. Das sieht mir gar nicht geheuer aus. Gar nicht geheuer aus. Oh Gott, oh Gott. Okay. Nicht berühren hier. Äh, auf gar kein... Warte, oder? Was passiert? Oder mit dem Sand? Oh mein Gott. Okay, warte mal. Können wir nicht... Warte, wir können doch theoretisch den Sand davor platziert, oder nicht? Mach mal, mach mal. Oh, ja. Und jetzt? Ja, das funktioniert. Okay, wir können ihn nutzen, um halt darüber dann zu gehen, ne? Ah. Er geht trotzdem durch. Okay. Oh, passt auch vorsichtig. Hier sind überall solche Laser, ne? Oh mein Gott, die will ich auf... Oh mein Gott, passt mein Kopf hier durch? Passt du da durch? Alter, wie knapp. Oh mein Gott. Gerade so, ne? So, dann lass hier rüber gehen. Alles entspannt. Okay. Hier können wir auch rüber... Oh, vorsichtig. Oh mein Gott. Ganz... Ey, ganz, ganz vorsichtig auf jeden Fall. Okay. Jetzt so ein Kitter... Ja, ähm... Warte mal... Ja. Außen vorsichtig dran vorbei. Ganz knapp, auf jeden Fall. Okay. Dann... Alles gut, alles gut. Weiter geht's hier, ja? Genau, lass uns hier weiter durchgehen. Oh, okay. Ich glaub, du schaffst den Sprung auch so rüber. Und... Was ist das hier, ich da Holz hinpacke? Brennt das nicht? Oh, das brennt auch safe gleich. Also noch nicht. Okay, dann lass den doch schnell weg. Ich glaub, jetzt wird das locker hier gleich brennen. Ja, okay. Okay, was haben wir... Oh Gott, was haben wir jetzt hier? Lass mal reingehen jetzt hier, lass mal gucken. Okay, oh. Wir müssen uns hier, glaub ich, in die Luft feuern, Kasper. Das sieht mir auf jeden Fall schon da aus. Wie soll man das denn machen? Äh... TNT? Ja, pass auf, warte mal. Ich hab ne Idee. Wir können jetzt da draußen ein TNT-Katerpult machen. Das heißt, ich nehme mal ganz jetzt das mit, das... Ja, nimm ruhig mal alles mit hier. Ein Wassereimer, ne? Mehr braucht man nicht, so. Ne, ne, mehr brauchen wir nicht. Und den Knopf auf jeden Fall. Okay, und jetzt? So, und jetzt können wir es so machen. Ich würd sagen, ich mach das mal, glaub ich, in die Mitte ungefähr, ne? So, so, so. So, 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 so. So, 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 so. Ja, und? Und so, so, so. Und jetzt müssen wir einmal noch die Quartz-Blöcke hier hinmachen. Ja. Damit wir das... Das ist für Druckplatten, oder? Alles, äh, alles mit Dingens. Alles mit, äh, Redstone. Ah, so. So, einmal mit Redstone hier alles verbinden, Leute. So, 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 so. Sehr schön, sehr schön, ja? Und zack. Und dann musst du natürlich auch erst mal alles mit Wasser voll, ne? Oh, ja, ganz wichtig. Kommt ganz viel Wasser rein. Oh, noch mal, sehr gut. Ja, unendliche Quelle, ja, sehr schön. Da muss ich einmal, äh, hier nochmal diesen Slap reinsetzen. So, okay. Und dann mach ich einmal ganz kurz hier alles, alles voll. Huch. Alles voll mit, äh, TNT. So, okay. Ich hab jetzt alle TNTs drin. Sehr schön, ja? Und, ähm, jetzt auf jeden Fall vorsichtig sein, ne? Und zwar, okay, eine Sache muss ich noch machen. Und zwar, ich muss die einmal auf den Knopf hinsetzen. So, dann geh bloß auf jeden Fall weg, Kasper. Okay, mach, komm mal nach und nach. Hier, mach gut zuerst. Okay, mal gucken, ob das überhaupt klappt. Oh, ich hoffe, es klappt. Hochspringen dabei, hochspringen dabei. Muss ich nicht, muss ich nicht. Oh, oh. So, und? So, nächster Versuch jetzt. Los geht's. Oh, ja. Hä, ich bin direkt oben. Sehr schön, sehr schön. Ich seh's, ich seh's. Okay, jetzt muss ich's auch schaffen. Okay, du musst auf den Knopf drücken und dann direkt nach vorne gehen gleich. Oh, mein Gott. Okay, 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 okay. Oh, ja, ich hab's. Okay, okay, sehr gut. Alter, was ne Kanone. Okay, dann machen wir hier mal ganz kurz die Türen auf. Oh. Was ist denn hier? Hä, mit so einer Glasdecke und allen Sachen? Das sieht voll krass aus. Das sieht echt voll krass aus, ne? Hier so ganz viele Bücher. Okay. Ist so. Okay, und was ist jetzt hier vorne? Oh, mein Gott. Das ist er, der Noob. Das Noob 1, 2, 3, 4. Er schreit. Oh Gott, er sagt, da seid ihr. Hallo, Noob. Was geht? Oh Gott, wie befreit dich? Aua, aua. Sorry, sorry, sorry. Hey, alles gut bei dir, Noob? Wie befreit dich? Wie geht's dir? Kommst du da irgendwie rein? Lass mich raus. Ach, er kann nicht hochspringen, ne? Oh, der Arme. Oh mein Gott, der ist einfach zu blöd dafür. Oha, was ist das hier für eine Krass? Ey, in welchem Lage sind wir hier eigentlich gerade, ne? Ist hier so ein Masterbedroom oder sowas, ne? Ey, das ist unermal. Was kriegen wir dafür, wenn wir dich rauslassen? Genau, sag mal. Mein Stolz. Stolz? Wie schreibt der denn Stolz? Stolz hat mit Z geschrieben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Ein Dömerchen, bitte. Ja, wollen wir ihn rauslassen oder wollen wir nicht? Ich weiß nicht. Ich bin auch gerade überlegen. Zeig euch Geheingang. Geheingang? Er sagt einen Geheingang? Ja. Ja, okay, dann zeig mal den Geheingang. Das ist okay. Doch, ja, ist okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, ja? Oh mein Gott. Okay, und was müssen wir dafür machen? Die Kiste da? Da ist was drin? Zeig doch die Kiste. Was soll da drin sein? Oh, da ist eine Redstone-Fackel. Ich habe jetzt so eine Redstone-Fackel. Und die sollen wir anscheinend... Können wir die dahin platzieren oder was? Dahin platzieren, ne? Hä? Oh. Wow. Ist gerade aufgegangen hier der Gang. Hä, was? Oh mein Gott. Er hat nicht gelogen, er hat wirklich Geheingang gezeigt. Was? Oha. Lol, hier ist die Schatzkammer. Oh, aber woher wusste man? Was ist hier? Oh mein Gott. Wie viele Diamanten. Noob? Noob. Wo ist der? Hä? Noob, wo bist du? Hä? Er ist nicht mehr da. Er ist weg. Er ist durchgezogen. Wo ist Noob hin? Aber guck mal, wir haben einfach so einen riesen Schatz gefunden. Aber ich frage mich jetzt gerade, hat er uns einfach nur gepragten, das alles selber aufgebaut? Nein, das glaube ich mir nicht. Aber wo ist der von der Geheimkammer? Vielleicht hat er da jemanden reinlaufen sehen. Ja, okay. Okay, verrückt, Leute. Ey, aber jetzt haben wir wenigstens ganz viele Dias. Ja, wir sind rein. Sehr gut. Hallo, Kaspar, was geht ab? Hallo. Was geht, wo sind wir? Guck mal. Wir sind ja auf so einer... Wir sind in einem riesen Floß. Ist doch, auf so einem einsamen Floß sind wir einfach gelandet, hä? Das sieht krass aus. Und wir haben sogar so ein kleines Boot da vorne. Warte mal, komm ich da rüber? Uah. Nein, ich kann nicht schwimmen. Und Achtung, hier sind ganz viele Fische. Wir haben heute 24 verschiedene Überlebens-Quests, die wir machen müssen. Oh, okay. Und zwar müssen wir Nummer 1 16 Dschungelholz holen. Oh, die sind doch da hinten, da hinten auf der Insel. Das heißt, wir müssen erst mal zur Insel schwimmen. Und dann auch 64 Cobblestone holen. Okay, das heißt, komm. Okay. Ja, komm rauf hier. Okay, warte. Oh Gott. Bist du drauf? Warte doch, rauf mich. Ich warte doch, komm rauf hier. Ich kann nicht rauf, geht nicht. Rechtsklick, rechtsklick einfach nur. Geht nicht. Das ist ein alleines Boot. Ah ja, okay, okay. Dann geh einfach rauf, oder nicht? Möchte ich da nicht ein bisschen mitnehmen? Ja, ein bisschen. Ich bin schon ein bisschen schneller, glaube ich. Schnell als normal. So, nee, hier sind Kisten. Ey, was ist da drin? Eine Spitzhacke oder was? Ja. Hier ist auch eine. Ey, hier ist keine Spitzhacke. Hier ist Cobblestone drin. Cobblestone? Ja. Warte mal, da sind Villager. Ich glaube, ich farm einfach schon mal ein bisschen Cobblestone. Wie viele Cobblestone haben wir noch mal? 16 oder so, ne? 64 müssen wir, also ein Stack. 64 Cobblestone! Ja, ist doch schnell gemacht. Nee, guck mal, hier auf der Insel gibt es gar kein Cobblestone, sehe ich gerade. Das ist alles Sandstein. Nein, wenn du runtergräbst. Ich habe jetzt 24 Dschungelholz. Soll eigentlich reichen, ne? Okay, stark. Ah! Wow! Geschwindigkeitstrang. Was hast du gemacht? Goldapfel. Was ist denn hier alles drin? Bro, ich brauche mal ein bisschen Cobblestone. Ich grabe jetzt schon durch die ganze Insel durch. Hier ist kein Cobblestone. Hä? War die neue Kiste. Alter! Ich bin schon 20 Blöcke tief oder so. Schutz, 4, Zauberbuch. Direkt Heilung. Jetzt sind wir ein Task voll. Okay, ich gehe jetzt hier mal runter. Also ich glaube hier. So, auf, Mann. Also ich habe wirklich komplett krass Beute jetzt hier, ne? Das ist nicht schon normal. Ich gehe mal hier in diesen großen Turm rein. Also du musst vielleicht noch mal zum Fluss gehen. Also die Cobblestone müssen wir uns irgendwie ertraden, glaube ich. Glaubst du? Hier bist du. Lol. Hier war es so. Ja, da war richtig krass. Okay, lass mir jetzt zurückgehen dann kurz zum Dingern. Jetzt gib ihm da die Dings. Oh, ich habe Schwarz-Eichenholz. Er will Tropenholz haben. Also, Bruder. Ich kann ihn aber. Da. 12 Eisen habe ich ihm gegeben. Oh. Oh mein Gott, was haben wir jetzt bekommen? Zwar ist Maragde. Diamant. Oh mein Gott. Das war richtig cool. Okay, das heißt, die haben wir schon mal durchgemacht. Okay, das heißt. Alter. Das ist richtig cool. Fein mit Diamonds Dinger. Hier, 8 Eisen kann ich auch machen. Ach, du musst es auch nochmal. Ich kann jetzt mit ihm handeln. Du musst es selber auch nochmal machen? Nein, nein. Ist er da ein X? Wenn er ein X steht, dann haben wir es schon gemacht. Ja, ist ein X. Ah, okay. Hast du schon gemacht. Oh mein Gott. Was ist denn das hier? Was gibt es hier noch so? Mutsamkeit. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Steine, wir brauchen Karotten und Weizen. Das mache ich, den Karotten und Weizen. Okay, das lege ich ab. Jetzt habe ich hier. Wir müssen die Quest machen. Ich frage mich, was passiert, wenn wir das durchgespielt haben, da alle Quests. So, schöne Karotten fahren. Ich denke, wir haben was cooles, glaube ich. Ich denke, auch. Ich glaube, ich habe gerade auch was weggelegt, was ich nicht hätte weglegen sollen. Ich habe eine Idee. Lass am besten mal eine Kiste abbauen und dann so alle nützlichen Sachen daneben legen. Kann ich hier noch irgendwas, was ich eben vielleicht... Oh, Alter, was... Ist hier irgendwo Knochenmehl? Ich muss irgendwie manche Sachen herbekommen. Schick' mir auch gerade, Alter. Wo ist denn Weizen hier? Weizen gibt es nicht. Ich habe Weizen... Da bin ich doch gerade schon dabei bei der Aufgabe. Ich habe schon 64 geworden. Aber hier ist doch Weizen. Ich habe da welche gepflanzt gerade. Und hier gibt es... Ist das schon groß oder was? Reizmarkte. Also falsch geguckt hier, Kollege. Ja, anscheinend. Und immer noch 64 Steinen, Alter. 64 Bruchsteinen. So, wie viel Weizen haben wir jetzt? Ich glaube, es sollte reichen. 17 Weizen war das, glaube ich. So. Ich suche ein bisschen die Insel ab. Vielleicht kommt da ja auch noch irgendwas krasses. Ja, ja, ja. Ich komme da die ganzen Sachen ab. Ja, der hat jetzt auch noch eine Kiste sich gerade. Stickies. Ach, Brot. Okay. Ich gehe mal ganz kurz zurück zu den Quest-Typen. Zack. Oh, sehr gut. Er braucht einen Kuchen. Kuchen, wie geht denn der nochmal? Er braucht... Und 16 Zuckerrohr braucht er. 16 Zuckerrohr, das suche ich auch. Okay. 32 Endsteine. Hier ist Cobblestone. Okay, ich farm ab. Ich farm ab. Ah, das sollte man hier abfarmen. Okay, krass. Und ich brauche dieses Tropenholz. Ich glaube, das ist das hier, oder? Das kann ich auch abfarmen. Das kann ich auch abfarmen. Was hellere? 6 Goldäpfel, 10 Markte waren hier gerade drin. Alter. Oh, das ist wichtig, wenn ihr 10 Markten. Hier kann man sich ein Endportal bauen. Das ist gut, aber das brauchen wir. Das brauchen wir. Das ist auch schon fertig. Das brauchen wir. Ehrlich? Ja, ich brauche es jetzt kurz fertig. Oh, was denn hier? Was ist hier? Ich werde schon wieder nichts abbauen. Was ist das? Was ist das denn hier? Oh mein Gott, wo bin ich? Alter. Ach, Alter, das ist hier alles drin. Bogen auch noch. So, warte mal. Ich habe hier sogar. Alter. Ich kann hier. So war das, oder? Nein, so war es nicht. Zack. Okay, warte, das ist geil. Ich kann es hier kurz wegwerfen. Oh mein Gott, egal. Ich habe jetzt eine Diamantspitzhacke. Was hast du gemacht? Oh, die brauchen wir. Ich habe das Obsidian-Tor falsch gebaut. Du könntest jetzt langsam mal zu mir kommen und dann mal Cowbex-Tor, äh, mal das Obsidian-Dings fertig bauen. Was brauchen wir da? Ich habe jetzt gerade eine volle Eisenrüstung. Und ich habe eine... Was ist das? Ich habe ein Ding ins. Wie kann es tauchen? Scuba-Maske. Was ist denn das? So, sehr gut. Was denn? Hier ist aber ein Strahl in die Luft. Alter, jetzt eine komplette Mine. Obsidian brauchen wir. Obsidian brauchen wir, damit ich das Tor wieder richtig bauen kann. Alter, hier ist das Ender-Portal. Hier warst du schon, oder was? Ich bin gleich beim Ender-Portal. Nee, dann ist es nochmal anders. Ich bin auch beim Ender-Portal. Dann ist es nochmal ein anderes. Doch gut. Boah, da fehlen nur ein paar Augen. Hier ist noch eine Kiste. Aber das Ender-Portal, nee, ich meine das ist ein Ender-Portal. Hier sind acht Ender-Augen. Wir können rein. Oh mein Gott, warte aber noch, warte noch noch. Wir müssen ein bisschen Equippen mehr dafür, ne? Wenn wir gegen Ender-Drawen fallen wollen. Ich habe eigentlich, das ist gut, glaube ich. Ich mache das mal ganz was hier rein. Zack, zack. Okay, das End ist geöffnet. Alter, hier sind so viele Diamanten. Diamanten, wie mal Diamanten. Ich mache das volle Diabrüstung gleich. Alter, ich habe so coole Sachen jetzt hier gerade. Okay, das kann ich, glaube ich, hier mache ich mal kurz eine Workbench. Und mit dieser Workbench wird es hier schön ein paar coole Sachen machen. Das ist eine Diablus-Platte, Hose, Helm. Zack, handeln. Alter. Handeln. Alter, mein Inventar-Spaul. Zwei Dinge habe ich ready gemacht. Okay. Sehr gut, mein Inventar-Roll ist ja voll. Ah, warte mal, ich habe Ender-Perlen. Ich kann mir den Ender-Perlen geben, oder? Quest-Guide. Zack, dann mache ich mir einen Bogen. Wo geht das? Hast du noch zwei Ender-Perlen? Ne, ich habe gar keine Ender-Perlen. Auch keine gefunden bisher. Oh. Ah, ich kann mir zwei, drei St. Pfeile holen. Für zehn St. Pfeile. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Ich muss jetzt aber mir einen Bogen craften, damit wir den gegen den Ender-Drawen feiten können. Alter, man könnte sich auch das... Hast du noch Fäden? Hast du noch Fäden? Zwei, drei Stück? Oh mein Gott. Hast du Fäden? Äh, Fäden? Ja. Ja, vier Stück. Boah, kann ich hier haben, oder brauchst du selber einen Bogen? Nein, nein, wo bist du? Ich komme zu dir, ich komme zu dir. So, danke. Nicht schlecht, dann mache ich mir kurz einen Bogen und dann bin ich ready, Alter. Ich muss mir aber zeigen, wo das Portal ist. Ja, komm mit, hier, komm mit. Warte, warte, ich packe einmal ganz kurz einen Bogen. Zack, zack, zack. So, bam, Bogen ready. So. Oh mein Gott, Digga, der wird so keine Chance haben, der Drache, Alter. Ich weiß. So, ready für Angriff, oder was? Oh ja, 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 hier bin ich. Dedede, 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 dedede. Hast du auch ein paar Blöcke so, einfach, so, damit wir das hochbauen können zur Not? Ja, ne? 64 hab ich. Ja, ich hab genug, glaube ich. Ich hab 364. Ja, okay. Vier lang. Und hier ist das krasse Portal, oder so. Wir können doch theoretisch mal auf den Berg auch nochmal gehen, sonst. Zeig mal, wo ist das Portal? Hier. Nach vorne irgendwo, oder? Ah, lol. Okay, hier ist auch mal auf den Berg. Da oben sind die, die hast du über die, dann können wir doch einen Dia-Helm machen. Wo? Ja, genau über mir jetzt hier. Guck doch mal hoch. Ach, da. Da, wie sieht das du? Ich geh rein, lass rein ins End. Lass da drin. Stärke-Trank, Schärfe-3, 200 Apfel, 3 Gold-Äpfel, Dia-Dia-Schuhe. Oh, die hab ich mir grad geknackt, LKW-Pter. Okay, egal. Wollen wir ins End-Portal reinspringen? Würde ich sagen, warte kurz, ich komme mal kurz wieder zurück. Weil da geht's noch voll weiter, ne? Die ganze Zeit. Lass uns rein ins End. Okay. Ich bin stets ready. Ich mach mal einschneidend ein Dia-Schwert, glaube ich. Dann rein. Wow. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Okay, rausbauen. Machen wir den mehr. Oh mein Gott, sieht krass aus, oder was? Ist das ein guter Spot, wo wir sind? Ich glaube. Okay, komm, Ende noch am Besiegen. Ich schieße mal da oben auf die Dinger drauf. Ich auch, ich auch. Ja. Weg. So, nächsten. Hier vorne. Warte, da hinten gerade. Ich gehe zu den anderen und baue die kurz ab. Dann hole ich dir die free sind. Oh, der hielt sich. Warte mal. Okay, schon mal ein bisschen. Na Kollege, haben wir beide ein Problem? Kollege. Haben wir beide ein Problem oder haben wir beide ein Problem? Kollege hier. Alter. Boah, der hat ja gar keine Chance, Digga. Was ist das mit dem denn los? Okay, ich kleide da hoch hier und mach das Ding weg. Du, 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 du. Der hat gar keine Chance, der anderen Rache. Er weiß gar nicht, wo in der Kopf steht. Boah, der ist weg. Muss ich jetzt dagegen hauen, oder was? Wir müssen abbauen, ne? Warte, das wird wieder explodieren. Ja, ja, dann nicht, dann mach nicht. Dann baue ab, baue wir frei und dann schieße ich mit Bogen drauf. Okay, ich gehe kurz. Ich schieße kurz ab, warte. Okay, los geht's. Hey. Ich habe es schon für dich erledigt. Okay. Hey. Hey. Wir brauchen noch einen, wir brauchen noch einen. Du hast da noch einen, da ist noch einen. Da hinten sind noch zwei. Stimmt, stimmt. Ey, er hat sich in den Blick gestellt. Sie sind getroffen, glaube ich. Schnell, jetzt hielt er sich da gerade dran. Okay, der doppelt Damage. Aua. Aua, der ist gespeist auf uns. So, nein, die Endermänen sind sauer auf mich. Warum treffe ich die Dinger nicht? Okay, Ende, dann wieder schlagen. Ende, dann wieder schlagen. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Komm schon. Wieso treffe ich die nicht? Ich haue ihn, ich haue ihn die ganze Zeit. Ah, der war tot, Bro. Was machst du denn? Ein Herz, der ist oft geleckt. Übelst bei mir, auf einmal bin ich fast tot. Ich bin die ganze Zeit geboxt. Brauche ich einen Unterschlupf, dann bin ich tot. Oh Gott, ey. Los, nicht draufgehen. Alter, das finde ich ja folgend fair, ey. Bro, ich brauche mich an den Unterschlupf. Ey. Hast du mich runtergehauen? Nein. Ich bin doch kein Tod, zwei Herzen. Ein Herz. Nicht draufgehen, bitte. Bitte. Nein, ein Herz, einer Leipentod. Was? Digga. Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Aua. Aua, nein, ich bin fast tot. Drei Herzen. Du musst nur unterlegen, dass ich mich zu den DDP enteinne, Digga. Hilfe. Was lebt denn das jetzt so lang? Was lebt denn das jetzt so lang? Musst du nur bauen, oder was? Hilfe. Ja, Gelände wird gebaut. Angestürzt. Wegheilung. Oh Gott. Bro, wieso kriegen wir den Endermann nicht easy besiegt? Was ist das? Aua, die Endermann sind zu krass. Ich bin im Stärke-Tank des Gedingens. Achtung. Ich bin locker schon down, oder? Du bist neben den. Aua. Ich muss gegen Endermann kämpfen. Kommt her. Kommt her. Traut euch. Traut euch, ha? Traut euch. Aua. Ich schau die ganze Gegend denen. Ja, er ist fast down. Nein, er ist wieder weg. So viele Endermann. Ich hab noch einen Goldapfel. Du spartierst. Wo ist mein Stapf? Ich hab keine Goldapfel mehr. Nein, das ist gar nicht gedroppt worden. Oh, Mann ey. Bro, was ist denn das? Ich glaub, das überleben wir nicht. Kasper. Natürlich. Ich hab keine Goldapfel mehr. Ich mach jetzt alles. Game on. Oh nein, die Endermanns greifen mich an. Ich hab ihn fast. Ich hab ihn fast. Nein. Haut ab, ihr blöden Enderman. Lass mich in Ruhe. Nein. Nein. Zwei Herzen. Eineinhalb Herzen. Er hat fast kein Leben mehr. Nein, ein Herzen. Ja. Oh, was geht ab, Leute? Oh mein Gott. Lucky Bad Wars. Wir haben jetzt krasse Lucky Blöcke, die wir auch noch müssen. Oh, dann bin ich auch mal am Start. Was geht? Lucky Blöcke. Alles klar. Lucky Bad Wars. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab mal zwei Gegner bekommen. Ja. Bro, jetzt im Realtag, was hab ich für Blöcke? Ich hab ein Alien bekommen. Ja, ich weiß. Ein Alien? Es passieren halt ganz, ganz verrückte Lucky Blöcke Sachen. Der baut schon in die Mitte, Möckern. Der baut schon in die Mitte. Vieh. Gar nicht, Jungs. Mach doch was. Warum sagst du mir immer im Tool? Gar nicht. Ah. Blauer Creeper. Ja, Entschuldige, Dias. Alter. Hau ab, Kollege. Hau ab, Kollege. Nein, ich seh nix. Ey, 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 ey. Hör doch auf. Hör doch auf, ey. Ey, chill mal, Bro. Kaspar. Der hat sich ein Auto retten oder so. Ich weiß. Okay, ich geh weg. Lern uns auf wieder an der Mitte. Lern uns auf wieder an der Mitte. Bro, es macht keinen Sinn, wenn du mich jetzt an. Ah, nein. Alter, er hat seine blöde heiße Kartoffel. Hör doch auf. Ey, du bist so nervös. Nein, ich möchte nicht. Bitte. Kaspar, bitte. Nein, ich hab keine Böcke. Hau ab. Ich muss mir was kaufen bei dir. Bro. Alter. Du gehst weg. Du gehst weg. Hör doch auf jetzt. Hau doch ab jetzt. Hör doch auf. Ich muss alles kaufen bei deinem. Hör doch auf. Zack, 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 zack. Digger, du willst es? Hör auf jetzt. Du willst es auch nicht. Mann, ey. Ich hau doch schon ab. Ich geh doch schon. Du wirst es bereuen. Okay, was ist das für ein Ding? Sagst du? Das wirst du bereuen jetzt. Das wirst du bereuen. Komm doch in die Mitte, Digger. Mich besiegt hier keiner in der Mitte. Ich bin Mittenprofi. Komm her jetzt, Kaspar. Da haut er sich im Gap rein. Ja, komm her. Komm her, mein Freund. Nein. Ey Mann, ey Mökan. Was hast du denn? Ja, warte, warte, warte. Zwei Hits und ich war direkt tot. Tja, komm her, meine Freunde. Das ist auch Kaspar. Jetzt wirst du, oh mein Gott, Kaspar. Ja, komm hierher, Kaspar. Ist alles weg, was ich hatte. Was ist Mökan, Digger? Willst du wirklich stressen, oder was? Du bist so unkorrekt. Was hat der, was hat der? Hätten die ja schwer, zwei Hits. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Alter, ich hab mir viel gemacht. Hätte mir viel gemacht. Ich hab mir viel gemacht. Alter, war das krass. Das ist so unglaublich. Komm, Ler, wir holen uns Mökan jetzt. Wir holen uns Mökan jetzt. Wieso Mökan? Digger, natürlich. Ich hab wieder die Heißen getroffen. Leon, guck mich an. Guck, 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 guck. Nach rechts? Nein, nein. Wieso, was soll denn sein? Okay, dann öffne ich den Rainbow Lucky Block so für mich alleine. Wieso? So, oh. Was gibt's hier, hä? Kann mir hier, dir, so, zack. Wurde die Rüstung her, Mökan. Das Kartoffel. Ich hab die durch Lucky Block bekommen. Oh mein Gott. Ich brauch Rüstung. So, acht Lucky Block werden jetzt alle geöffnet. Jungs, ich hab Dynamit. Ja, ich weiß, ich weiß. Dynamit ist auch gut. So, ich bin jetzt auch grad sehr zufrieden mit meinen Sachen. Okay. Treffen in der Mitte, Jungs. Auf drei ohne Treten. Oh Jungs, ihr werdet das sehr, sehr bereuen. Schau mal ganz kurz die Dias, bevor ihr da seid. Das werdet ihr leider sehr, sehr bereuen. Komm schon, wir brauchen noch ein bisschen mehr Glück jetzt hier. Möken ist mir grad auch zu still, muss ich sagen. Ja, ich bin ein bisschen... Ja, ich bin ein bisschen... Okay, ich krieg grad sehr gute Sachen. Oh mein Gott. Ja, Mann. Mehr damit. Oh mein Gott. Mehr davon. Mehr davon. Noch mehr Geschenke. Ergänze ich mehr damit. Ergänze ich mehr damit. Mehr damit, Digga, ganz klar. Mehr. Mehr damit. Woher hat ein Bogen? Ey, ich bin vergiftet. Ich weiß nicht, was so ein Bogen ist, aber es ist ein Rainbow Lucky Block Bogen. Oh mein Gott, Digga, das muss überkrass sein. Und nun ist die Frage, lüge ich schon wieder oder nicht? Nein, er hat den... So was gibt's gar nicht, Digga. Er hat diesen krassen Bogen, glaub ich. Den Bogen nehmen werde ich mir mal ganz kurz holen. Au! DL-4-8, zieht der ab! Der ist... Das ist kein okay. Und der hat auch hier in der Mitte, ich glaub's nicht. Sag mal. Bro! Hau ab! Hau ab! Hau dir ab! Hau dir ab! Was haben die für krasse Schwerte alle? Oh Gott. Der ist nicht viel. Ey, Digga. Mehr kann so... Ja, Kasper? Digga, komm mal ganz schnell rein, Digga. Ich geh mal ganz kurz auf sein Grundstück und baue mal ganz kurz auf Spaß sein Bett ab, ja? Ja. Ja. Oh mein Gott, hier liegt's ja noch... Hier liegt's ja noch höchst. Mann, Leon! Er ist runtergefallen! Du! Komm, jetzt haben wir den! Jörg, ist das grad euer Ernst? Wer hat der von euch denn eine Pickgag? Sag mal ganz kurz. Ja, ich nicht. Hey! Kasper auch nicht. Nein! Ich bin so unter den Augen, ich hab Kasper's gehört! Nein, Bro! Ja! 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 Wie kann man so ein Idiot sein? Ja, wie du es eben bei mir gemacht hast, ne, Kollege? Wie du es bei mir gemacht hast. Das wirst du büßen. Das wirst du büßen, Digga. Werde ich das büßen? Ist das so? Ist das so, Kasper? Das bin ich nur. Ich bin nett. Ist das so? Werde ich das büßen? Das ist so! Ist das so? Alter, der kriegt dich auseinandergenommen, Kasper, ne? Alter! Alter! Was geht... Was macht mit deinem blöden Auto? Ich tricke uns Runde für uns, Jungs! Ich tricke uns Runde! Ey, warte mal! Warum machst du das? Alter, du hast gekauft! Du kriegst dich aus dem Lucky Block! Kannst du mit... Der überfährt mich! Alter, ich hab... Oh Gott! Kasper! Au! Aufhören! Jetzt ist es gut hier! Es tut mir leid, ich hab dir jemanden! Ich hab dir jemanden! Ich geb dir alle! Ich geb dir alle! Das ist mein Loot gewesen! Oh mein Gott, Jungs! Ich hab den ehrlich nicht mehr! Ihr seid so... Pass mal! Ich hab den wirklich nicht mehr! Pass mal! Ja, du spawnst doch hier! Dann krieg ich den jetzt hier an der Base, ey! Tschüss! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Junge, jetzt ist doch... Jetzt ist doch Leon im Vorteil! Du checkst es doch gar nicht! Bro, was ist los, Mann? Mann, Leon! Okay, okay! Ich kann nichts machen! Ja! Ja! Ich bin hier oben auch gerade entspannt oben drauf! Ne, Kasper ist echt untergefallen! Er hat wieder ein Auto! Komm, wo hat er das? Er hat dein Bett zerstört, Bro! Er hat dein Bett zerstört, Bro! Nein! Nein! Doch, hat er! Das ist doch nicht dein Ernst, Kasper! Du willst jetzt wirklich so auf die Tour, oder? Er hat doch bei mir vor allem alles zugebaut, ne? Ich komm nicht mehr aus meiner Base! Hau ab, Leon! Hopp! Digga! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Ja! Das war's mit dir, Digga! Niemals! Ja! Hau lieber ab, Kollege! Nein! Ja! Du bist so blöd, Mann! Du bist so blöd, Mann! Ja! Hast du ihn geholt? Hä? Das Spiel verlassen! Warum verlässt du das Spiel? Aus Versehen! Mann, Digga! Ich bin rausgetätet! Aus Versehen! Mann, Digga! Ich bin rausgetätet! Aus Versehen! Okay, okay, okay! Es geht wieder rein, Jungs! Nein, da geht es! Es geht wieder rein! Let's go! Interessante Sachen auf jeden Fall! Leider aber nicht interessante Sachen genug! Wer baut sich hier in die Mitte gerade? Wer baut sich hier gerade? Wer baut sich hier gerade? Wer baut sich hier in die Mitte? Oh nein! Alien-Invasion! Alien-Invasion! Oh, nochmal ganz kurz! Ja, mach mal den Block aufhören! Alter! Alter! Was ist? Was haben sie gemacht? Oh, eyy! Sag mal! Sehr schlimm! Sehr, sehr schlimm! Was war denn das? Was war das für ein Creeper? Kaspar, tschüss! Ahhhh! Die Tierrüstung! Junge, wie hat er auf diesen Knockback das Ding einen Knockback hat! Oh, der hat einen Knockback-Sick bekommen! Ey, ganz kurz, ich hätte in der Mitte eine Alien-Invasion bekommen! Ja, ich auch so sehen! Keine Ahnung! Es ist alles voll in der Mitte! Er kauft sich Sachen! Er kauft sich Sachen mit dem Dias! Dicke! Oh, Gott! Unglaublich! Ich brauch jetzt ein bisschen Glück! Oh, Gott! Oh, Alter! Ja! Ich hab ein Auto! Alter! Ich mach hier grad richtig Zombie-Run! Neee! Hau ab, Kaspar! Neee! Warum hast du überhaupt rote Blöcke? Ja, ich hab rote Auto gezogen! Gib mir Glück jetzt! So, Jungs! Ich seh dich da oben fliegen, Digger! Komm schon! Ähm! Hallo? Ja! Oh mein Gott! Ey! Hau mal ab hier! Oh Gott! Okay! Bisschen Glück brauch ich jetzt schon! Ich hab ne Geschenkbox! Alter! Was ist denn ne Geschenkbox her? Ich weiß es auch nicht, aber... So! Ey, Digger! Hast du wirklich das Klaus, Bro! Das ist mein blödes Klipp, Klaus! Ja, was denkst du denn, dass du mit dem Auto zu mir fährst? Hot Feet, you will leave Firetrail! Ja, ja! Du hast hinter dir Feuer! Ey, der will immer mein Bett abbauen, Leon! Sag mal was dazu! Nee, will ich gar nicht, Digger! Ich will einfach nur dich holen! Dann hab ich meinen Staff zurückbekommen! Ey, Alter! Aua! Das ist unmöglich! Ey, Leute! Ich hab Feuer an der Basin! Das macht mich jetzt mal Damage, wenn ich reingehe! Ja! Ich hoffe, dein Bett braucht sich davon ab! Jetzt geht doch nicht mehr wegwirkern! Jetzt bin ich mehr weg, denn? Ist da jemand mad, Kaspar? Nein! Alter, ich krieg dreimal dieses Steak! Nein, ist keiner! Wieso? Na, wo seid ihr? Ah, da vorne! Ja! Knockback Steak! Nein, hätten wir Knockback Steak! Oh mein Gott, Digger! Danke für den Staff! Ich wollte mich nochmal kurz bedanken bei dir! Bro, ich war allzu sagen, Entschuldigung! Es tut mir leid eben gerade! Oh mein Gott! Einen Bogen hat er auch? Bro, wie stark! Hab ich gar nicht gehabt! Bro, wer hat den krassen Feuerbogen! Ja! Pass auf! Der ist übel krass! Nicht los! Bam! Bam! Ey! Was?! Mit einem Herz! Was?! Danke für den Bogen! Bro, wie hast du denn das? So ein Monster macht nichts, ne? Ich habe gerade dieses Ding gemacht eigentlich! Ich hatte noch dieses Steak gegessen für echter Stärke! Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Ey! Schau mal ganz schnell ab, Kollege! Böken! Okay! Er hat einfach einen Bogen und trifft damit nicht mal! Ist sogar voll schlecht damit! Was für schlecht, Digger! Was willst du denn, ne? Äh? Ich habe einen Mushroom, Jungs! Ja, ja! Special-Effekt! Was für ein Mushroom? Ganz krass Special-Effekt! Ganz krass Special-Effekt auf jeden Fall mit dem Ding! Mann, ey! Ich war so gut eben! Selbst Schuld-Pro, wenn du mich hier angestest! Einen Treffen willst du ja gar nicht dafür, oder was? MAKAN! Ich hab alles von ihm! Ich bin weg! Ich bin weg! Was? MAKAN! Ich bin weg! Ich bin los! Ich bin weg! Wie ist denn das passiert? Alter Schwede! Er war einfach afghan in seinem Shop einfach nur kaufen, Bro! Äh, nicht schlecht! Wie schlecht! MAKAN, du bist so ein! Weg mit dir Kaswa! Du hast den Bogen nicht! Ich hab gar nichts mitgenommen! Was? Was? Ja! Ich hab den Kopf genommen! Er hat mich, der killt cool im Inventar! Ey! Wo ist das Inventar? Er lacht mich aus! Wo ist das Inventar? Wo ist das Inventar? Ist runtergefallen! Ja, mein Inventar ist runtergefallen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, was ist das für ein krasser Bogen, Bro! Ja, deiner, Bro! Na Gott! Der hat nichts mitgenommen! Ja, was machen wir? Ganz kurz! Ganz in die Mitte! Es bringt hier nichts außer... Wir brauchen eine Zusammenarbeit, Bro! Ja! Brenn! Digga! Brenn! Gas was verbrannt! Gas was verbrannt! Ja, aber er hat seine Sachen doch wieder! Oh mein Gott! Er hat seine Sachen doch wieder! Scheiße! Ja! Tschüss! Was? Und du auch tschüss! Was? Ich dein Ernst, Bro! Ihr geht nicht auf mich! Ich bin einfach runtergefallen! Wie ist das denn? Tja! Ich bin auch runtergefallen! Bro! Hä? Das gibt es doch nicht! Mörgern! 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 Bro, danke für die ganzen Sachen! Ahhh! Ah! Eyyyyyyyyyyyy! Was? Er hat dich beide geholt! Er hat dich einfach uns beide geholt! Wirklich in die Combo! Mörgern! Lär und raus da runter! Wir werden abhauen mit dem staff! Ich will nur den Nottpickstick! So... Iiiiyeahhahaha! Meiin! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! So unglaublich! Ich weiß nicht, woher hier ist, war ein Knockback-S... Ah, Knockback-S... DINGA! Ich danke dir, ich danke dir, mein Freund. Hä? Ey, ey, ey! Mann, ey! Das darf nicht wahr sein. Wie viel Glück kann man haben? Es wird Zeit für eure Betten, es wird Zeit, es wird Zeit. Wir müssen auf Mückern gehen. Es wird Zeit. Ich weiß, es wird auch Zeit. Kann nur auf einem Weg gewinnen. Ja! Du kommst doch gar nicht raus. Bro, du kommst doch nicht raus, Alter. So, wo ist das jetzt hier? Bro, er hat alles. Leon, er hat alles! Wie? Nein! 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 Oh mein Gott. Das ist doch unglaublich, Digga. Ich bin unsichtbar! Kasper! Ich glaube, ich bin unsichtbar. Ja, er hat unsichtbar gehauen. Kasper ist nicht unsichtbar, Kasper ist tot. Hey! Was? Wo bist du unsichtbar? Hä? Du bist down, Kasper! Kasper, du bist down! Kasper, cheat dir nicht! Ja! Er cheeset einfach! Ja! Er fortgezählt! Bro, es geht ab! Ja! Ja! Wir haben uns beide noch einmal gekillt. Ja! Das ist auch frech. Das ist wirklich so frech. Ihr werdet mich niemals hindern! Was machen wir da? Ey jetzt! Bro, er ist da unsichtbar! Ja! Ja! Er ist sich drehenbein weggeflogen! Gib mir mal kurz Game und Leon! Mach mal kurz Game und mich! Mach aber was selber! Ich hab jetzt keine Zeit! Mach mal bitte! Nein, wir dachten nicht im Zweck oder allgemein! Ey! Was? Wie jetzt? Wie du eine Nuke bekommen? Ja! Wo ist denn eine Nuke her? Ich weiß es nicht! Weiter gehts! Was hast du denn da? Bro, lass mich ganz kurz ausritten! Der hat aber mein Bett abgebraut! Ja, sehr schön! Der holt sich mein ganzes Tag von mir! Jetzt das Bett holen! Wie jetzt bin ich? Hol dir doch das Bett von ihm! Du hast noch einen Spitzack! Er kommt! Er kommt von rechts! Er sneaked! Er sneaked! Er kommt von rechts! Vorsicht! Bro, ich hab nen Notbackstick, Bro! Was ist das zu machen? Hä? Oh mein Gott! Also ich brauch dich nur einmal treffen! Du brauchst drei jetzt! Wie machen wir das? Wie machen wir das? Okay, er kommt ehrlich! Jetzt kann nur ein Kampf auf sein Bett! Auf sein Bett! Ja! Jetzt haben wir eins! Bett von ihm! Schack, 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 schack! Er ist dauernd, ne? Nee, nee, der ist nicht dauernd. Der ist auf dem blauen Weg! Ich weiß es nicht! Er baut sich ja durch grad! Ja, das Ding ist... Ich hab Golddapfel, ich hir mich! Ey, Mann! Was ist das jetzt machen? Jetzt! Ja! Was ist das jetzt machen? Was ist das jetzt machen, Bro? Was ist das jetzt umdrehen, Bro? Was ist das jetzt umdrehen, Bro? Oh, ich brenne, ich brenne, ich brenne! Egal, was du jetzt mit mir machst, ich hol mir 30 Diamanten! Alter! Ja! Ja! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! You won! You won! You won the game! Oh mein Gott, du Losche! Ja! Das war's gewesen, Freunde! Ihr Benja von der Merse, wenn ihr möchtet das gerne ein Like und Abo da! Schönen wir euch das Video aus, einfach draufklicken! Haut rein, bis morgen! Ciao, ciao!